ich traue dieser Tela Vazir nicht so wirklich ehrlich gesagt alles cool jetzt habe ich Dingsbums dabei Tali und ich mag Kali nicht mehr so besonders ein Angestellter von Barrier Frontiers ist wohl mitten in die Explosion geraten Hauptsache hier hat das überlebt die Fahrstuhle sind außer Betrieb und das Sicherheitssystem des Gebäudes auch ich hätte den Fahrstuhl eh nicht nehmen wollen ehrlich gesagt hallo fängt ja ganz schön düster an ey noch mehr Credits noch mehr Medigel Geldautomaten warum nicht oh ja komm schon und da so oh Energiezellen sage ich nicht nein dazu im Gegenteil was hier ich habe einen militärischen Sprengsatz gefunden er ist nicht scharf schlampfige Arbeit so etwas benutzt man wenn man keine Zeit zum Planen hat was hier ich bin im Büro von Barrier Frontiers Yara hat sich erst vor ein paar Minuten eingetragen willkommen bei Barrier Frontiers wir führen sie zu grenzenlosen Möglichkeiten boah alter das war fies Shadow Broker Agent sie werfen wir den Centgranaten ja um sich als wären das Süßigkeiten zu Karneval ey Nice one Aua Okay, kurz regenerieren Komm schon, komm schon Nice Geht immer mit euren Blendgranaten Gerade auf den Sack, ey, Leute Ist ja unfassbar Hier habe ich noch ein Terminal Nice Ein bisschen extra Kohle Boom, bitch Nice Wir können jetzt quasi dann von hinten Ne, scheiße Ah doch, perfekt Einfach mal ein bisschen experimentierfreudig sein Auch wenn es in der Beziehung nicht mehr so läuft Aua Aua Hatte jemand wart, um da rein zu werfen? Ne, ne Ich kann aber eine massive Schockwelle machen Will mich verarschen So Sehr schön Eieieieiei Gar nicht mal so einfach Da ist ein Terminal Nice, das gibt hier aber auch Kohle Money, money, money Money, money, money Diese beschädigten Rohre brennen Sie blockieren die Treppe Suchen Sie einen Schalter Erledigt Jetzt müsste es gehen Gut, ich bin auf dem Weg nach unten Money, 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 money Ach, Mann Scheiße Nice Nice one Ich kann mal kurz kratzen So, boom, bitch Und weg mit dir Okay, Small hat nicht zu ganz funktioniert Aber er ist tot Das ist die Hauptsache Ah, Hetzert kurz schnell richten Ich hoffe, es war jetzt nicht unangenehm für euch Und kurz niesen Jetzt kommt ihr ja alle zusammen, ey Nachher kriege ich noch einen Herzinfarkt oder so Das sieht interessant aus Ah, Gott, Gott, Gott Und noch ein Wand Save Yes Verdammt Ein paar Sekunden früher Und ich hätte sie aufhalten können Ist das Sekad? Muss es wohl Kein Hinweis auf die Daten, von denen Liara sprach Sieht aus wie eine Sackgasse Ach, äh, übrigens Haben Sie die Leiche Ihrer Freundin gefunden? Meinen Sie diese Leiche? Liara Etwas, was ich wissen sollte? Das ist die Frau, die mich umbringen wollte Sie hatten einen harten Tag Ich lasse das mal durchgehen Warum senken Sie nicht Ihre Waffe? Ich habe sie gesehen Ich bin danach wieder zurückgekommen Sie sind in mein Apartment eingebrochen Sie wussten nicht, wo Liara war Weil sie die Nachricht versteckt hat Ich musste sie für sie finden Danke für die Hilfe Sobald sie meinen Aufenthaltsort hatte Hat sie die Männer der Shadowbroker verständigt Die haben das Gebäude gesprengt, um mich auszuschalten Sie hat Sekad gefunden, seine Daten genommen und ihn getötet Sie hat die Disc vermutlich noch bei sich Gut geraten Auch wenn Sie nie sehen werden, was drauf ist Reinblutschlampe Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Holy Shit, was ist los hier? Oh, die mit ihren Blendgranaten direkt wieder. Leute, kauft euch anständige Granaten anstatt zu ne Blendgranaten. Scheiße, meine Fresse. Das geht mir grad so auf den Sack mit euren Kack-Blendgranaten, ey. Boah. Das sind keine Süßigkeiten. Ich bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Ich bin nicht so schnell im Kurvenlaufen. Und Shepard ist gerade überhaupt nicht mehr schnell im Laufen. Mit meiner Claymore hat niemand gerechnet, was? Nice Warren, wer auch immer das gerade gewesen ist. Ich glaube, das war Garrus, ne? Mir geht's übrigens gut. Danke der Nachfrage. Na los, sie entkommen! Natürlich nehm ich Garrus mit, hallo? Mein best buddy. Buddy for life. Talia hab ich noch nie gemacht, von daher. Na klar, dass ich sie zurücklasse. Alles kalt. Weg mit dem Goldfischglas. What? Das ist ja aber... What? Wie geil ist das denn? Ich war gerade noch am Trinken. Das ist ja wie in Star Wars Episode 3, Alter. Ne, Episode 2 war das. Boah, das ist ja voll awesome. Das ist ja voll awesome. Das ist vielleicht mich gerade echt voll. Wie geil ist das denn? Das ist ja echt wie ein Star Wars durch den Tunnel durch. Gleich verlieren wir sie. Dann springt Garrus oder Liara vor dem Schiff da runter. Das ist echt wie ein Star Wars. Alter. Nachher springen die dann runter auf den Kleider drauf und nicht muss sie auffangen oder sowas. Boah, das ist ja fucking awesome gerade. Ich bin noch dabei, Liara. Vertrau mir. Ich genieße hier gerade noch... Oh, das ist voll fucking awesome. Verkehr! Gegen Verkehr! Wir schaffen das schon. Es ist fast schon 1 zu 1 wie in Star Wars, ey. Ich feiere das gerade so dermaßen. Sie setzt Distanzminen ein. Hab ich gemerkt. Es gibt nichts Schlimmeres als Beifahrer. Sie bekommen Verstärkung. Wie ist dieses Ding bewaffnet? Es ist ein Taxi mit einem Taxameter. Großartig. Ich feiere Dialog. Die Dialoge gerade voll. Ist doch alles cool. Alter, was macht der denn? Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch ein paar Monate. Ich bin noch ein paar Jahre alt. Ich bin noch ein paar Jahre alt. Schon wieder? Vorsicht! Vorsicht! Das war's. Ich bin auf Asur abgestürzt, brauche Verstärkung, verdammt! Boah, das war ja großartig, ey! Da ist was hier, das Wagen. Los, weit kann sie nicht gekommen sein. Vorsicht, wir setzen Verstärkung ab, um uns zu bremsen! Mir egal! Wir haben die Tür noch hier! Wer macht sie alle kalt? Jetzt habe ich wieder irgendwie geschafft rauszutappen. Ich frag nicht wie. Aua, aua, aua! Uh, das sind ein bisschen... ein paar, sind ein paar! Zuck! Mein Geld! Natürlich werfen die wieder mit Bankgranaten um sich rum. Alles One-Shot-Kills hier! Guten Flug! Ey, das war nicht nett. Schnauze! Die Drohne neutralisieren! Schütteln kann sie nicht brauchen! Boom! Die! Vorsicht, Blend-Kanaten! Ja, ja, Blend-Kanaten! Wir sind unter Kontrolle! Soll sonst noch jemand was? Ich würde zumindest die Munition hier haben. Ich habe meine Güte. Ich kann nicht raus! Ich kann das zu... Das läuft ja ja wie geschmiert! Jetzt wird's hell! Für dich, weil du ins Licht gelaufen bist! Kann sie nicht ins Visier nehmen! Sorry, bin ich nicht getroffen, Abgarus! War keine Absicht! Haben wir's jetzt? Na los! Wir können drüber klettern, um zu was hier ist Wagen zu kommen! Für uns die Lehrer! Gib Gas, Mädel! Das nehme ich mit! Nice! Schlüpfiges Video! Mit Liara reden! Was für ein Hotel ist das? Azor! Azor! Ein Luxus-Ressort mit einer exotischen Komponente! Azor ist in einigen Gegenden von Elium ein Slang-Ausdruck für ein gewisses Asari-Körper-Teil! Wo? Hauptsächlich im unteren Bereich! Ich meinte, wo am Asari-Körper? Ich auch! Das merke ich mir! Okay, also... Ne, ne... Okay! Azor ist also ein anderes Wort für, sagen wir mal... Vagina bei einer Frau? Musik Musik